Herzlich Willkommen auf dem Landgut Colombarola. Colombarola liegt nur ca. 10 Autominuten vom berühmten Gardasee entfernt und der große Freizeitpark Gardaland ist genauso schnell zu erreichen. Hier, mitten in den Weinfeldern, ist der perfekte Ort, um die Seele baumeln zu lassen und sich vom Stress des Lebens zu erholen. Colombarola ist sehr kinderfreundlich und die Sonnenwiese mit Swimmingpool direkt vor der Haustür lädt zur Entspannung und zum Badespaß ein. Für leckere Mahlzeiten zwischendurch ist immer gesorgt. Für nur wenig Geld können Sie die leckeren Weine vom hauseigenen Weingut genießen. In unmittelbarer Nähe gibt es sehr gute Restaurants, in denen man preisgünstig speisen kann. Mehrere Supermärkte sind schnell mit dem Auto zu erreichen und lassen keine Wünsche offen. Beliebte Ausflugsziele sind neben dem Gardasee auch Verona, Mailand und natürlich Venedig. Ganz in der Nähe liegt das idyllische Dörfchen Borghetto mit dem 600 Jahre alten Staudamm. Lassen Sie sich durch das Mini-Venedig verzaubern und genießen Sie die hervorragende italienische Eiscreme. Herzlich Willkommen und fühlen Sie sich bei uns wie zu Hause. Besuchen Sie uns im Internet unter www.colombarola.com